Musik Angeblich ist es der allererste wunderschöne Tag hier am Tegernsee. Zum allerersten Mal strahlenblauer Himmel, der See, da hinten die Berge, es ist noch ein wenig Schnee obendrauf, fast schon romantisch, ein schöner Auszug zum Tegernsee. Doch wer mich kennt, der weiß, ich mache hier keinen Urlaub am Tegernsee, nein, ich bin eingeladen worden von BMW zu einem warmen Mittagessen und dann haben sie gesagt, bevor wir jetzt das Mittagessen machen, erzähl doch mal was zu unserem neuen 5er Touring. Und da ist er, der neue BMW 5er Touring, das mache ich doch gerne, für ein warmes Mittagessen erzähle ich sofort was über das Auto. Ein 5er Touring ist natürlich so ein bisschen der Traum für jeden Dienstwagenfahrer, aber auch für Familienpapas. Und umso wichtiger ist die Frage, was passt denn auf die Rücksitzbank? Und das probieren wir jetzt auch mal sofort aus. Lieber Kameramann, kommt alle mit rüber, wir gehen auf die andere Seite. Weil wir machen das im typischen Hubby-Style, der Fahrersitz ist eingestellt auf meine Größe. Und wir wollen ja wissen, wenn vorne ein Hubby sitzt, kann sich hinten noch ein Hubby hinsetzen. Vorne der Sitz passt. Die Rücksitzbank ist natürlich nur die zweite Disziplin, aber Hubby fällt auf. Wenn vorne ein Hubby sitzt, kann noch ein Hubby hinten bequem sitzen. Das soll unter anderem daran liegen, dass das Auto jetzt 1,8 cm mehr Knieraum hat. In Ermangelung eines Zollstocks und Ermangelung eines Vorgänger-BMW würde ich sagen, ich glaube das einfach mal und sage, jawohl, hier können auch 4 Hubby-Manager bequem gemeinsam auf Arbeit fahren. Noch viel wichtiger ist aber die Tatsache, das Auto hat über 100 Kilo verloren im Leergewicht und kann aber über 120 Kilo mehr zuladen. Über 120 Kilo mehr zuladen, das ist ja ein Hubby mehr. Und wichtig dafür ist der Kofferraum. Nachdem der Kameramann gesagt hat, ich soll mal meine Weste ausziehen, weil ich würde so dick aussehen in dem Ding, wenn das T-Shirt da unten raus schaut, mache ich das natürlich, ja. Mach dir alles, was der Kameramann sagt, du darfst mal schuldbewusst nicken. So, und BMW-Leute, also bei BMW gibt es ja eine Geschichte, die ziehen die jetzt auch schon länger durch. Ich glaube, das ist die, nein, das ist Zeit der ersten Modellgeneration. Und seit der ersten Modellgeneration kann man das kleine Fenster oben aufmachen und seine Sachen so locker flockig hinten reinwerfen und wieder zumachen. Und was jetzt natürlich neu ist und auch bei keinem neuen Auto mehr fehlen darf, ist die elektrische Heckklappe. Für den Fall, dass man, stellt euch das mal vor, ich habe einen Bierkasten hier vor mir. Okay, wirklich vorstellen, ich müsste den Bierkasten wahrscheinlich so tragen. So, und dann drehe dich da drunter, drehe dich da drunter und dann geht der Kofferraumdenkel auf. Meinen Bierkasten habe ich noch und dann hier rein. Der Kofferraum fasst 570 Liter mindestens und bis zu 1700 Liter sollen reinpassen, wenn man die Rücksitzlehnen von hier hinten per Fingerdruck umlegt und dann hier auch das Rollo raus macht, was mir gerade ein bisschen zu viel Action ist. Und dass wir über das Premium-Segment reden, das merkt man dann auch daran, dass, das finde ich ganz lustig, die hier drin eine zusätzliche Klappe haben. Ich finde nicht die Klappe lustig, sondern den Haubenlift, den sie da rein machen. Also das ist eine hydraulisch, die bleibt von alleine oben. Ob es notwendig ist, weiß ich nicht. Aber es gibt Mitbewerber, die haben da einen ganz komischen, ladrischen Haken mit so einer Schnur dran. Das ist es. Die Marktstadt des neuen 5er Touring ist übrigens am 20. Mai. Dann steht er bei ihrem BMW-Händler vor Ort. Anfangen wird BMW mit zwei Benzinern und zwei Dieseln. Die Benziner 530i Vierzylinder und 540i Sechszylinder und die beiden Dieselmotoren. 520d bin ich hier gefahren, das ist der wunderschöne weiße, den ich hier habe. Und dem größeren 530d dann auch wieder ein Sechszylinder. Den gibt es auch als Allrad, als X-Drive. So bleiben übrig zwei Motoren im Prinzip Benziner zum Start und drei Dieselvarianten zum Start. Gefahren bin ich, wenn man mich fragt, was so meine Empfehlung ist, den 520d. Und ja, es ist bloß ein Vierzylinder. Aber er hat 190 PS und zusammen mit dem Automatikgetriebe, was Aufpreis kostet leider, ist das eine echt tolle Kombination. Ich glaube, mein Video wird gerade viel zu werblich. Aber ganz unter uns, wenn du so locker easy von München runter zum Tegernsee fährst, ein schönes Mittagessen hier im gut kalten Brunnen heißt es glaube ich bei Käfer oder so. Käfer ist glaube ich irgendein Feinkostladen. Dann fährst du eben auch locker entspannt mit dem 190 PS 5er wieder nach Hause. Hat mir gefallen. Den hier bekommt ihr übrigens ab 47.700 Euro. Mit Automatik kostet er dann 49.500 Euro. Schlagt mich nicht, wenn es falsch war. Das war ein ganz kurzes Review. Schreibt mir unten drunter, ob es euch gefallen hat. Schreibt mir unten drunter, was ihr noch wissen wollt. Schreibt mir unten drunter, ob ihr mit einem Vierzylinder-Diesel bei BMW zufrieden wart. Ansonsten, das war es. Schaltet demnächst wieder ein, ihr wisst. Mein Name ist Björn Habegger. Das war Autohub. Und ihr dürft mich Happy nennen, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Bis zum nächsten. Und ich gucke jetzt mal, ob noch Nachtisch übrig ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020